Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend der neuen Folge. Es ist 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, wir haben zwar nicht Nikolaus, aber ich dachte mir, mal in etwas anderen Mütze wo hohoho draufsteht. Ja, und heute war ein kalter Tag. Wir haben den Weihnachtsbaum besorgt. Super, kann ich nur sagen. Und ja, bald ist Weihnachten. Ja, die Weihnachtszeit kommt. Und ich grüße euch da draußen, alle Manuel am Abend, Freunde. Ja, nun sitze ich hier. Ausnahmsweise war ein Badezimmer, mal wieder. Ja, ne, und ja, der Tag war interessant. Heute war Adventsjodeln, das heißt Adventssingen. Ja, da sind welche vorbeigekommen und haben vorgesungen. Ja, kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, dass ihr natürlich auch tolle Weihnachten feiert. Und die sich beschenken lassen möchten, lasst sich natürlich auch beschenken. Natürlich macht es nicht jeder. Wir beschenken uns zu Hause auch. Ja, und ja, ne. Ja, ja, nun sitze ich hier. Ähm, was gibt es sonst noch Neues oder Interessantes? Eigentlich momentan nichts. Nur, dass vieles Neues bald kommt. Aber das werdet ihr dann sehen. Hier in unserem Videokanal. Und ja, deswegen muss ich mich jetzt auch wieder verabschieden, weil ich will und möchte noch so einiges machen. Muss auch noch ein bisschen vorbereiten für den 1. Januar. Denn dann kommt die 400. Manuel am Abendfolge. Zum ersten Mal um 18 Uhr. Eine große, eine lange Folge mit viel, viel interessante Sachen. Und wir feiern die 400. Manuel am Abendfolge. Also, schaltet ein vom 1. Januar. Und morgen sehen wir uns sicherlich wieder. Zu was? Zumal am Abend natürlich. Bis dahin und tschüss.